Was machst du da überhaupt? Ich packe. Ja, das sehe ich, aber... Könntest du mir vielleicht auch verraten, warum? Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Du, ich... Unsere ganze Beziehung... Wir sollten endlich aufhören, uns was vorzulügen. Was soll das heißen? Paula, Max und du... Ihr seid etwas, was... Was wir beide niemals sein werden. Ihr seid... Ihr seid eine Familie. Eine Familie, die zusammengehört. Und deshalb... Deshalb trenne ich mich jetzt von dir. Was redest du denn da, Ben? Es ist besser so. Wirklich. Es ist besser so. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Warum, Ben? Sprich mit mir, Ben. Warum jetzt? Weil es nicht funktioniert. Es ist wegen Max, stimmt's? Nein. Jedenfalls nicht nur... Ben, du kannst jetzt nicht gehen. Wir müssen drüber reden. Wir haben doch schon über alles geredet. Über alles. Monatelang. Sag mir, was ich machen soll. Ich meine, man könnte ja auch... Man könnte versuchen, dass man... Dass Max und du, dass ihr euch nicht mehr über den Weg lauft. Dass... Ihr seid Paulas Eltern. Sie braucht euch beide. Und ich brauche dich, Ben. Ben, wir beide, wir gehören zusammen. Wir beide, wir haben uns etwas vorgemacht. Paula hat einen Vater. Und sie braucht ihren Vater. Ihr gehört zusammen. Ihr seid eine Familie. Nicht wir. Max, Paula und du. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe meine eigene neues Tpres. Ich habe einen Multistellenfe. Syn Twentyze quiere es größer. Es tut mir leid.